Ja das ist wirklich mein Ernst, wir sprechen über Outdoor Schuhe heute. Also wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show. Schön, dass du dabei bist. Teva heißen diese Schuhe und Teva ist im Endeffekt eine Marke von der Firma Tatonka. Und ich habe diese Schuhe jetzt fast ein Jahr im Einsatz. Und zwar, wie man sieht, relativ häufig und ich bin nicht sehr freundlich zu ihnen. Und wenn du jetzt glaubst, dass ich ein fauler Hund bin, dann hast du recht. Also meine Outdoor Schuhe, die werden einfach hergenommen, natürlich auch aus Testzwecken. Und ich bin positiv überrascht von diesen Schuhen, obwohl ich am Anfang gedacht habe, das ist der absolute Reinfall. Aber beginnen wir ganz ganz vorn. Diese Schuhe hier sind am Anfang ein bisschen wasserdicht gewesen. Es steht ja auch drauf auf dem Emplay hier und in der Werbung und überall. Und am Anfang waren sie das auch und ich habe sie dann ein paar Mal imprägniert. Aber dann habe ich es ganz einfach gelassen. Und natürlich sind sie das jetzt nicht mehr. Aber wasserdicht bedeutet nicht, dass sie wie Gummistiefel wasserdicht sind, wenn ich ganz einfach durch den Bach marschiere und da drin stehe drei Stunden. Das ist natürlich nicht. Aber so morgendaus zum Beispiel, das ist überhaupt kein Problem. Oder auch ganz leicht mit so in eine Pfütze, also in eine Lacke reinzusteigen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Gut, soweit so gut. Die Atmungsaktivität und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war von Anfang an ernsthaft ein Problem. Und zwar, jetzt geht es ja, aber am Anfang war das wirklich so besonders, als ich sie noch imprägniert hatte, wirklich, also das war der absolute Mief, ja, absoluter, wirklich absoluter Mief. Die Größe, die haben wir jetzt da 44 und normalerweise habe ich so 43. Und ja, ich finde, dass sie ein bisschen enger geschnitten sind, aber das liegt natürlich immer am Fuß. Und ja, ganz nett. Biberam-Sohle, wirklich auch sehr robust, muss ich sagen. Also wenn du das jetzt so anschaust, das ist absolut in Ordnung. Link zu dem Produkt auf Amazon findest du unten, schau dir das ganz einfach an. Und ich bin auch von der Haltbarkeit der Schuhe positiv überrascht, ja. Wofür sind die gedacht oder wo setze ich die ein? Und zwar immer dann, wenn ich im Gelände bin, außer im Alpinenbereich. Und wenn du mich kennst und wenn du dir meine Videos öfter anschaust, dann siehst du, dass ich da irgendwie so ein bisschen so, da geht es so rauf und runter bei mir da, wo ich meine Videos drehe. Das liegt einfach daran, dass ich im Voralpelland bin und wir hier aktuell, also ich glaube, ich bin so auf 750, 800 Meter Seehöhe. Und ja, es geht also rauf und runter, teilweise auch so. Und da bin ich immer mit den Freunden hier unterwegs. Sofern ich nicht im Geröll oder sowas, das ist eh ganz klar, da ist das nicht die richtige Antwort. Bei meinen Survival Trainings in Wien habe ich sie an. Wenn ich meine Kräuter und Survival Mentor Videos mache draußen in der Natur. Ich habe jetzt die meiste Zeit, außer im wirklich tiefen Winter, da stehe ich entweder auf Gummistiefel oder auf feste Schuhe, die ich auch einmal vorstellen mag, habe ich die in der warmen oder in der Übergangszeit angehabt. Und wie du siehst, alles in Ordnung. Und was ich auch positiv sagen muss bei denen hier, ist, dass sich da nichts ablöst. Also da löst sich die Sohle nicht ab und auch diese kleinen, wo das alles eingebaut ist und diese Nähte, die sind alle top. Und das überrascht mich, wirklich. Ich muss echt sagen, dass mich das überrascht. Auch die Schuhbänder wälzen nicht so schnell ab. Und ich muss sagen, dass ich die mittlerweile ganz gern habe, obwohl ich am Anfang echt glaube, da schmeiße ich sie weg, weil sie so gemieft haben, jetzt geht es ja mittlerweile. Was das Fußbett betrifft, das ist natürlich auch immer wieder sehr individuell. Ich nehme das da jetzt mal raus. Das ist wirklich gut gemacht. Ich hoffe, die Kamera schaltet gleich scharf. Ist ja nett. Ein bisschen ein Mief kommt jetzt da unten doch raus. Ich habe aber leider bei einem Survival Training, bei einem Extremtraining letztes Jahr, bei dem einen die Innensohle verloren. Das heißt, ich laufe jetzt auf der einen Seite mit Sohle und auf der anderen ohne Sohle herum. Ja, ist ganz einfach so und es funktioniert auch ganz gut. Das war es jetzt an der Stelle. Ein ganz kurzes Video. Einfach, weil ich auch immer wieder gefragt werde. Reine, erzähle ein bisschen was über Schuhe. Über deine Schuhe, die du so anhast, wenn du nicht gerade barfuß herumläufst. Oder mit deinen Krogs, mit deinen Schlafen. Ja, dann ist das zum Beispiel das hier. Wenn dir das interessiert, schreib mal bitte unten einen Kommentar. Dann werde ich auch meinen gesamten Fuhrpark sozusagen, meinen Schuhfuhrpark vorstellen. Der Reine nach, wenn das von Interesse ist, mache ich das sehr, sehr gerne. Ich mag dir aber auch noch etwas bitten. Und zwar, welche Outdoor Halbschuhe hast du im Einsatz? Das würde mich und wahrscheinlich all die anderen, die zu dem Thema Interesse haben, interessieren. Schreib mir das auch unten bitte als Kommentar. Da sage ich jetzt schon Danke. Daumen nach oben. Abo bei anderen Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten. Deine Reine Rossmann. Bis bald. Ciao.